Die Einhalbtheorien der Asuras Die hohen Eingeweihten unter den Asuras, die aus eigener Kraft eine relative Neutralität erreichen, erkennen, dass sie als bewusste Individuen vom feinstofflichen und vom grobstofflichen Körper verschieden sind. Sie erkennen, dass sie in ihrer innersten Natur der Brahman-Energie angehören, die ewig, immateriell und statisch ist. Da sie jedoch die individuelle spirituelle Realität Gottes ablehnen, beschränkt sich der Horizont ihres Bewusstseins gezwungenermaßen auf die materielle Existenz, und so definieren sie das Immaterielle ausschließlich durch die Verneinung des Materiellen. Dadurch erkennen sie zwar, was sie nicht sind, aber nicht, was sie sind. Aus diesem Grund sind die Asura-Wahrheiten nur Halbwahrheiten. Wenn man sich selbst und das Absolute durch Verneinung definiert, kommt man nicht über den negativen Pol der Wahrheit hinaus und bleibt in Halbwahrheiten hängen. Die gesamte »absolute« Wahrheit kann nicht aus eigener Kraft erkannt werden, sondern nur dann, wenn das absolute »Gott« sich selbst offenbart. Das Annehmen dieser Offenbarung setzt Glauben und Liebe zu Gott voraus, wovon die Asuras sich aufgrund ihrer gottabgewandten Gesinnung jedoch von vorne herein abgeschnitten haben, weshalb sie im Teufelskreis ihrer Halbwahrheiten gefangen bleiben, bis sie sich von ihrer Asura-Gesinnung befreien und über ihren eigenen Schatten springen. Das Licht erkennt man nicht, indem man einfach sagt, Licht ist nicht Schatten und nicht Dunkelheit. Wenn eine solche Person von Licht spricht, hat das keine wirkliche Bedeutung, weil sie keine positive, praktische Erfahrung von Licht hat. Genauso verhält es sich mit den Asuras. Es ist durchaus möglich, dass auch sie von »Gott« sprechen, aber das Höchste, das sie kennen, ist nur das durch Verneinung definierte Immaterielle, die abstrakte, nichtpolare Einheit, das Nichts, Brahman bzw. Nirwana. Für sie ist Gott nichts anderes als diese undifferenzierte Einheit, jedes Individuum sei Teil dieser Einheit, und weil in dieser Einheit keine Dualität existiere, sei auch der Unterschied von Teil und Ganzem nicht vorhanden, letztlich sei alles eins, in Wirklichkeit seien wir alle »Gott«. Wenn diese Philosophie die gesamte Wahrheit wäre, wovon die Asuras überzeugt sind, dann würde dies bedeuten, dass Gott, das Absolute, nichts anderes wäre als eine abstrakte und unterschiedslose Einheit, wenn der Unterschied von Teil und Ganzem nicht vorhanden wäre, gäbe es in Wirklichkeit auch keine Individualität, keine Liebe und keine Verantwortung. Verantwortung, Liebe und Individualität wären Teil der materiellen Illusion, aber letztlich gäbe es Verantwortung, Liebe und Individualität nicht. Zu diesem Trugschluss gelangen die Asuras, weil sie die Individualität für etwas Materielles halten. Sie meinen, Individualität sei ein Produkt der Dualität. Hier schließt sich der Kreis mit den Ausführungen zu Beginn dieses ersten Teils, denn genau das ist heute die überall gelehrte und offizielle, wissenschaftliche Meinung, Leben, Bewusstsein und Individualität seien nur Nebenprodukte der materiellen Evolution. Sie seien ein Produkt der Dualität, das heißt ein Produkt der Wechselwirkung der materiellen Atome und Atomkräfte. Am Anfang, so heißt es, gab es nur die Materie. Erst im Lauf von vielen Milliarden von Jahren hätten sich die ersten organischen Strukturen gebildet, und aus diesen organischen Strukturen seien die Lebewesen entstanden, zuerst in Form von primitivsten Eiweißgebilden und Einzellern. Diese materialistische Theorie und das ihr zugrunde liegende Dogma »Alles ist eins« sind also gar nicht so harmlos. Wer glaubt, die Individualität sei ein Produkt der Materie, glaubt auch, dass es im Absoluten keine Individualität gibt. Dies bedeutet, dass es in »Wirklichkeit«, so wie die Asuras sie definieren, auch keine Liebe und keine Verantwortung gibt, denn diese sind von Individualität abhängig. Die Asuras glauben also zu wissen, dass man letztlich vor nichts und niemandem verantwortlich sei, und genau nach diesem Grundsatz handeln sie. Das einzige Prinzip, dem sie folgen, ist die Notwendigkeit. Man tut, was nötig ist, und um das Nötige zu tun, verwenden sie alle Mittel, die nötig sind, sowohl positive als auch negative. Hier sind sie »neutral« und skrupellos »emotionslos«, denn sie glauben, dass es in Wirklichkeit keine Unterschiede gibt, denn »Alles ist eins« Realität, gleichzeitige Einheit und Vielfalt. Es lohnt sich also, die Einheit-Theorie der Asuras näher zu durchleuchten. Sie klingt sehr logisch und attraktiv, denn sie ist nicht unwahr, sondern halbwahr, und sie folgt einer Logik, die zwar beschränkt, aber nichtsdestotrotz bestechend ist. Die vedische Gottes-Offenbarung bestätigt, dass letztlich alles Brahman ist. Brahman bedeutet nichts anderes als »Energie Gottes«. Alles ist letztlich Brahman. Hier liegt der entscheidende Denkfehler in der »Alles ist eins« Philosophie der Asuras, denn »Alles ist Brahman« bedeutet nicht »Alles ist eins«. Obwohl die spirituelle Realität »Brahman« von aller materiellen Dualität frei ist, ist sie nicht abstrakt und leer. Im Gegenteil, jenseits der relativen Dualität ist die absolute Individualität, die unendliche Vielfalt Gottes. »Alles ist Brahman« bedeutet, dass alles der Qualität »Eigenschaft« nach eins ist, denn alles ist eine Energie Gottes und gehört zur Einheit Gottes »Einheit« im Sinn von Gesamtheit. Doch diese absolute Einheit ist nicht unterschiedslos eins, denn sonst wäre sie nicht vollkommen, da ihr etwas fehlen würde, nämlich die Vielfalt. Vielfalt in der Einheit, Einheit in der Vielfalt, das ist die absolute Wahrheit, im Gegensatz zu den Halbwahrheiten, die immer nur einen relativen Aspekt der Gesamtheit herausgreifen. Mit anderen Worten, der Aspekt der Einheit bezieht sich auf die Qualität, der Aspekt der Vielfalt und Verschiedenheit bezieht sich auf die Individualität. Obwohl der beschränkte menschliche Verstand nicht fähig ist, die gleichzeitige »ist gleich ewige« absolute Einheit und Vielfalt der spirituellen Realität konkret zu begreifen, ist das Konzept der Qualität und Individualität genügend, um auch im logischen Sinn ein befriedigendes und vollständiges Verständnis der spirituellen Realität zu bekommen. Mit Hilfe des Verständnisses der gleichzeitigen Einheit und Vielfalt wird es leicht, alle Formen von Halbwahrheiten zu erkennen. Die Psychologie hinter der Asura-Philosophie Die göttliche Realität ist in ihrer Absolutheit so vollkommen und vollständig, dass sie auch relative Aspekte umfasst, nämlich in Form der materiellen Welt. Auch die Materie ist eine Energie Gottes-Brahman. Die parallele Gegenwart der materiellen und spirituellen Welt erlaubt es allen Individuen, ihren freien Willen anzuwenden und zu wählen, worauf sie ihr Bewusstsein richten wollen, auf die liebende Harmonie mit Gott in der spirituellen Welt oder auf eine eigenwillige Illusion in der materiellen Welt. Wenn gewisse individuelle Teile Gottes den Wunsch entwickeln, von Gott, dem höchsten Wesen, unabhängig zu sein, finden sie sich in der materiellen Welt wieder und leben in der Illusion, selbst die Herrscher zu sein. Diese Illusion des Unabhängigseins entspringt der tief verwurzelten Neigung, sich nicht fügen, in die Harmonie Gottes einfügen, zu wollen. Wie die folgenden Unterkapitel über die göttliche Mentalität aufzeigen, wäre überhaupt nichts »Schlimmes« daran, sich zu fügen und einzuordnen. Vielmehr entspricht diese liebende Harmonie mit Gott der natürlichen Stellung und Erfüllung eines jeden Individuums. Wenn jedoch Widerwille gegen das Absolute, das höchste Wesen, im Herzen gärt, unternimmt man alles, um diese absolute Wahrheit zu verneinen oder zu verdrängen. Der Widerwille, sich einzufügen, entspringt ursprünglich einer Neigung des Neides auf Gott, die im Innersten das Individuum voranlasst, sein Bewusstsein von Gott abzuwenden. Dieser Widerwille ist die Grundlage der Existenz in der materiellen Welt und ist insbesondere die Grundlage der Asura-Mentalität, denn göttliche Wesen haben sich freiwillig entschieden, diesen Neid zu überwinden und in Liebe zurückzuverwandeln. Monismus und Nihilismus Die Asura-Philosophien spiegeln die extremen Formen des Neides auf Gott, wenn ich nicht Gott sein kann, soll niemand Gott sein, oder alle sollen Gott sein. Mit diesen Philosophien sträuben sie sich dagegen, Teile Gottes zu sein, wodurch sie sich auch der Gnade und der Liebe Gottes verschließen. Denn diese Liebe ist nur auf der Ebene der spirituellen Individualität erfahrbar. Alle sollen Gott sein, entspricht den Philosophien des einseitigen Monismus, wie sie insbesondere in einigen Strömungen des Hinduismus und auch des abendländischen Okkultismus zu finden sind. Der Leitsatz des Monismus lautet, alles ist eins, das heißt jedoch nicht, dass alle Monisten Asuras sind. Mit dem Begriff des Monismus wird auch die spirituelle Stufe der Brahman-Erkenntnis umschrieben, jene Erkenntnis, in der die Realität als Gesamtheit der Energien Gottes gesehen wird, ohne dass dabei jedoch der Aspekt der Individualität verneint würde. Der Leitsatz dieses theistischen Monismus lautet, Gott ist alles, niemand soll Gott sein, entspricht der Philosophie des Nihilismus. Der Nihilismus an sich ist ein Konzept, das weit über die Asura-Interpretation hinausgeht, und kann auch eine Vorstufe der spirituellen Entwicklung sein, nämlich eine Form der Loslösung von der Materie durch Verneinung der Materie. Der Leitsatz des Nihilismus lautet, alles ist nichts. Ein Beispiel hierfür sind die atheistischen Formen des Buddhismus, die den Begriff des Nirwana als das absolute Nichts definieren. Auch hier gilt, nicht alle Nihilisten sind Asuras, denn diese verwenden den Nihilismus, um ihre eigenmächtigen Handlungen zu rechtfertigen. Wenn die Asuras vom Monismus oder Nihilismus sprechen, dann beziehen sie sich auf dieselbe Halbwahrheit, denn nur dort, wo alles nichts ist, ist alles eins. Die Ideologie der Luminaten Die Asura-Mentalität erscheint in verschiedensten Formen. Die am weitesten verbreitete Form ist die passive Resonanz, die sich darin äußert, dass man sich von der materialistischen Propaganda beeinflussen lässt. Diese passive Resonanz ist ein direktes Ergebnis eben jener Propaganda und führt dazu, dass die Menschen ein alltägliches Leben fuhren, ohne etwas von höheren Zielen wissen zu wollen. Beschränkung auf ein anonymes Mittelmaß, kleinlicher Egoismus und Gleichgültigkeit sind weitere Symptome dieser Resonanz. Die echten Asuras jedoch kennen die höheren Naturgesetze und nutzen die feinstofflichen Energien in ihrem Dienst. Weil sie sich keine direkten Gesetzesverletzungen zu Schulden kommen lassen, können sie sich über eine längere Zeitspanne hinweg eine Machtposition sichern. Auf diese Weise kämpfen sie mithilfe ihres Geheimwissens um Vorherrschaft und verbünden sich manchmal sogar mit astralen oder außerirdischen Mächten. Umso massiver werden jedoch die Karma-Reaktionen sein, wenn sie einmal unwiderruflich reif sind. Wenn Asuras die Dualität der materiellen Welt analysieren und erkennen, dass sie nicht der Körper, sondern Brahman, sind, beginnen sie, an die besagten Halbwahrheiten zu glauben, alles ist eins. Wir alle sind Gott, es gibt keinen Gott außerhalb von uns. So populär diese esoterischen Slogans klingen, man täte gut daran zu wissen, dass sie Ausdruck von Asura-Halbwahrheiten sind. Die Asuras meinen, jenseits aller Dualität gäbe es nur eine unpersönliche, abstrakte Einheit. Wie bereits erklärt, ist jenseits der materiellen Dualität, Individualität die absolute Realität, die spirituelle Individualität Gottes und aller Teile Gottes. Weil die Asuras dies nicht wissen oder nicht wissen wollen, glauben sie, die höchste Stufe aller Geheimlehren sei die Erkenntnis, dass letztlich alles eins sei, in Wirklichkeit gäbe es keine Dualität, auch nicht die Dualität von Aktion und Reaktion und deshalb auch nicht die Dualität der Verantwortung, denn verantwortlich sei man nur vor einer Instanz. Da letztlich aber alles eins und abstrakt sei, sei die Dualität von Gott und individueller Verantwortung ebenfalls nur eine Illusion der Dualität. Wer wirklich erleuchtet sei, erkenne, dass alle Konzepte von Gott, Karma und Verantwortung Illusion seien, da sie einem Konzept der Dualität entsprengen. Dies ist der Grund, warum die »erleuchteten« Asuras meinen, sie seien keinem Gott und keinem Karma-Gesetz Rechenschaft schuldig, weil es in Wirklichkeit gar keinen Gott als bewusste Instanz gäbe. Weil sie weder die eigene Individualität noch die Individualität Gottes anerkennen, fühlen sie sich absolut frei, alles zu tun, was sie für richtig halten. Denn sie sind überzeugt, sie seien die Einzigen, die wahrhaft erleuchtet seien, und seien deshalb die Einzigen, die die Fähigkeit hätten, die Menschheit zu führen. Sie fühlen, dass es ihr Recht, ja sogar ihre Pflicht sei, die Vormachtstellung zu erringen, und glauben deshalb, dieser Zweck heilige alle Mittel. Aus diesem Grund setzen sie auch alle nötigen Mittel ein und nennen sich Luminaten, die »erleuchteten«. Ihr langjähriger Erfolg im Kampf um die Erde, erlangt durch eine rücksichtslose Manipulation der Menschheit, durch Geld, Wirtschaft, Politik, Kriege und so weiter, hat sie in ihrer Überzeugung bestärkt, dass alles, was sie tun, richtig und gerechtfertigt sei. Die heutige Situation der irdischen Zivilisation zeigt, wie mächtig der Einfluss dieser Asuras ist. Aber die Zeit ihrer Vorherrschaft ist bald abgelaufen, da die Erde in eine neue Phase des Daseins tritt. Diese Ansicht besagt, dass das absolute »Gott« nichts anderes sei als das »Nichts« bzw. die abstrakte Gesamtheit, Einheit aller Energie, vor dem Hintergrund dieser indifferenten Einheit finde das Spiel der kosmischen Schöpfungen statt, ausgelöst durch jene Individuen, die aus »freiem Willen« und deshalb auf eigene Verantwortung, aus dieser statischen Einheit hervortreten, denn jedes Individuum sei selbst Gott und Schöpfer, letztlich sei jedoch jede Individualität eine Illusion. Wenn ein Individuum zu dieser Erkenntnis erwache, durch Tapasja, Magie, Auditing oder ähnliches, könne es wieder »Gott« statische Einheit »werden, um irgendeinmal erneut ein Spiel in der materiellen Welt zu beginnen. Praktisch ausformuliert besagen diese Arten von nihilistischen bzw. monistischen Philosophien, dass die gesamte Existenz nur ein materielles Spiel darstelle, das letztlich sinnlos sei, denn jenseits dieses Spiels gebe es nur das »Nichts« und das »Nichts« sein. Letztlich sei auch das Spiel nur eine Illusion, genauso wie alle Vorstellungen von Individualität, Verantwortung und Karma. Deshalb erstaunt es nicht, dass viele Asuras verantwortungslos und skrupellos handeln. Die göttliche Mentalität Die vedische Offenbarung betont, dass die Materie ebenfalls eine göttliche Energie ist, als solche ist sie real und ewig wie die spirituelle Energie, aber sie hat die Funktion, ewiglich vergängliche Formen hervorzubringen, angefangen mit den Universen bis hin zu den individuellen Körpern. Wenn sich die ewigen spirituellen Individuen mit diesen vergänglichen Formen identifizieren, zum Beispiel mit ihrem materiellen Körper oder mit materiellen Besitztümern, nennt man dies Maya »Illusion«. Nur diese Bewusstseinshaltung ist Illusion, nicht die Materie oder die Schöpfung an sich, so wie die Asuras meinen. Weil sie die spirituelle Realität von Gott und Gottes Energien nicht kennen, denken sie, das Absolute sei nur eine abstrakte Gesamtheit von Energie und alles andere, Gott als Individuum, die spirituelle Welt, die materielle Schöpfung und alles Individuelle, sei Illusion. Deshalb erreichen sie auf ihrem eingeschlagenen Erkenntnisweg höchstens die Bewusstseinsstufe der Neutralität, und dies ebenfalls nur für eine gewisse Zeit. Ihre vermeintliche Neutralität bleibt nur so lange bestehen, bis sie aufgrund ihrer Wünsche nach Souveränität und Unabhängigkeit wieder in die Polarität fallen und von ihren Karma-Reaktionen eingeholt werden. Im Gegensatz zu den Asuras kommen Yogis, Asketen und Wahrheitssucher, die eine göttliche Mentalität entwickelt haben, durch ihre Erkenntnisse zum Schluss, dass alle Vorgänge im inneren und äußeren Universum von höheren Instanzen abhängig sind. Damit gehen sie über die Erkenntnis einer undifferenzierten Einheit und Neutralität hinaus und integrieren auch die Parametme-Erkenntnis, die Wahrnehmung des Wirkens der universellen Seele. Sie erkennen, dass sie nie unabhängig sind, je nach der Bewusstseinsausrichtung werden bestimmte feinstoffliche und grobstoffliche Abläufe ausgelöst, und zwar bei allen Lebewesen auf allen Ebenen, das heißt, es gibt eine all-durchdringende und allgegenwärtige Instanz, die alle Vorgänge im Universum individuell und bewusst lenkt, so dass alle Karma-Reaktionen, Lektionen und Wünsche der Lebewesen vollkommen und gerecht erfüllt werden. Für diese göttliche Instanz kennen die Menschen viele Begriffe, die kosmische Intelligenz, der große Geist, Manitu, die universelle Seele, der Perimetme, Visnu oder einfach Gott, wobei Gott mehr ist als nur diese kosmische Instanz. Die Paramatma-Erkenntnis zeigt, dass die Realität viel umfassender ist, als die Atheisten wahrhaben wollen, jenseits der materiellen Dualität und jenseits der Brahman-Neutralität ist die wahre Realität, die absolute Vielfalt, die Vielfalt in der Einheit. Diese spirituelle Realität spiegelt sich in der Materie, weshalb auch die materielle Welt voller Vielfalt ist, jedoch in Form von relativen, vergänglichen Schöpfungen. Teil der absoluten Vielfalt sind die ewigen Individuen, die als Teile eine ewige Beziehung zum Ganzen haben. Weil das Ganze, Gott, das höchste Wesen, absolut frei und unabhängig ist, finden sich diese Eigenschaften auch in den Teilen, jedoch in einem teilhaftigen, begrenzten Ausmaß, nämlich in Form des freien Willens. Der freie Wille ist der Schlüssel, um Dualität und Individualität zu verstehen. Dualität ist das ewige Prinzip der materiellen Welt, Individualität ist das ewige Prinzip der spirituellen Welt. Freiwillig haben gewisse Individuen ihr Bewusstsein auf die Frequenz der materiellen Welt geschaltet, um sich selbst ins Zentrum des eigenen Lebens stellen zu können. Dieses Heraustreten aus der Einheit, Verbundenheit mit Gott ist die Ursache der Dualität und verursacht die Gebundenheit an das Gesetz von Aktion und Reaktion. So wird das Individuum in der materiellen Welt für alle eigenwilligen Handlungen zur Verantwortung gezogen, bis es seine egomotivierte Haltung korrigiert und überwindet. Genauso wie das Umschalten auf die materielle Welt ein freiwilliger Akt gewesen ist, ist auch die Rückkehr in die spirituelle Welt ein freiwilliger Akt. Auf der absoluten Ebene wird diese Freiwilligkeit zu reiner Liebe zu Gott. Dies ist die vollkommene Einheit von Teil und Ganzem in ewiger Individualität. Diejenigen, die sich dieser liebenden Einheit mit Gott wiederbewusst werden, befreien sich von den egomotivierten Handlungen der Karma und Jhana-Mentalität und erlangen zusätzlich zur Brahman- und Paramatma-Erkenntnis auch eine individuelle Gotteserkenntnis auf dieser Stufe sind die Motive des Handelns spirituell, da sie nicht mehr vom Ego diktiert sind. Solche Menschen und Lichtwesen sind derart selbstlos, dass sie das Liebste, das sie haben, Gott geben, nämlich sich selbst. Das ist wahre Liebe zu Gott, im Sanskrit Bhakti genannt, und diese Liebe ist die Vollkommenheit des freien Willens innerhalb der Schöpfung, den Willen Gottes akzeptieren und dem Schöpfungsplan dienen, nämlich der Aufklärung, Erleuchtung und Befreiung der Seelen, die sich ihrer spirituellen Identität noch nicht bewusst sind. Göttliche Vollmacht Das Individuum ist nicht Gott, ist nie allmächtig und nie unabhängig, ist immer Teil des Ganzen und hat dennoch einen freien Willen. Dieser freier Wille äußert sich in der Freiheit, wählen zu können, wovon man abhängig sein will. Die vollkommene Freiheit des Individuums besteht darin, von Illusion frei zu sein und wahre Selbsterkenntnis zu erlangen, erkennen, dass wir nie unabhängige Handelnde sind, sondern immer nur Instrument. Vollkommenheit ist, ein Instrument des vollkommen freien Gott zu sein. Diesen Schlüssel gibt Krina in der Bhagavad-Gita. Das Einzige, was du in Wirklichkeit sein kannst, oh Arjuna, ist ein Instrument in meinen Händen. Aber das ist dein wahrer Sieg, deine wahre Vollkommenheit. Die Bhagavad-Gita erklärt, dass Gott die Quelle aller Energie ist. Jegliche Energie, über die wir verfügen, empfangen wir aus dieser Quelle Gott, denn wir sind Teile Gottes. Wir selbst können keine Energie aus uns selbst heraus erzeugen. Wir sind nicht Quelle von Energie, sondern Kanal für Energie. Als Individuen sind wir immer Instrument, nie unabhängige Handelnde und Schaffende. Wir sind immer nur indirekte Handelnde, indem wir bereits gegenwärtige Energien, Dynamiken und Muster Gunas aufrufen und dadurch bestimmte Realitäten ins Leben rufen. Unsere Freiheit besteht darin, mit freiem Willen zu wählen, welche Realität. Die gottabgewandten Mächte, die Asuras, können dieses Prinzip der absoluten Abhängigkeit nicht verstehen und auch nicht akzeptieren, denn sie denken, das Absolute sei letztlich nur die Negation des Relativen, es sei die abstrakte kosmische Uhrenergie, die sogenannte Einheit. Sie glauben deshalb, das absolute Gott sei nichts anderes als die neutrale, unpersönliche Gesamtheit aller Energie. Je mehr sich jemand seiner Einheit mit dieser Gesamtheit bewusst werde, desto mächtiger werde er und desto größer werde sein karmisches Recht, über andere zu herrschen. Sie streben auf eigene Faust nach Macht über die Materie und Macht über andere Wesen. Dieses eigenwillige Streben nach unabhängiger Macht ist eine Illusion, eben deshalb, weil man nie unabhängig ist, und das Ergebnis dieses Strebens ist immer beschränkt auf die vergänglichen Früchte des eigenen Karma und der eigenen Kapazität. Die Diener Gottes hingegen, die Instrumente des Vollkommenen, machen sich bewusst vom Allmächtigen abhängig und werden dadurch bevollmächtigt, wunderbare Taten zu vollbringen, die nicht von Karma und Kapazität abhängig sind. Der Schlüssel zu wahrem, immerwährendem Erfolg ist nicht Macht, sondern Vollmacht. Macht verschafft man sich selbst mit eigenen, unvollkommenen Mitteln. Vollmacht bekommt man vom Vollkommenen. Es sind die selbstlosen und uneigennützigen Menschen, die vom Allmächtigen bevollmächtigt werden, und sie verändern die Welt zum Wohle aller Menschen und aller Lebewesen. Dies ist nicht durch globale Macht, nicht durch korrupte Macht, durch keine Art von egogefärbter Macht möglich, sondern nur durch vollkommene Macht, göttliche Vollmacht. Diese Vollmacht bekommen nur vollkommen selbstlose Seelen, die frei sind von jeglichem Machtanspruch für sich selbst.